Moin Leute, was geht? Willkommen zu meinem neuen PSN-Freunde-Listen-Spezial-Video und heute zeige ich euch einfach mal ganz schnell, im Schnelldurchlauf, meine PlayStation 3-Freunde. Es sind 100 Stück jetzt insgesamt und ja, nochmal vielen Dank für die lieben PSN-Freunde, die ich hier habe. Jo, ist alles dabei, was dabei sein kann. Jede Nationalität ist dabei. Zwei verdrehten Amerikaner, Engländer, Libanesen, Türken, alles da, das ist wunderschön, das gefällt mir. So, das hier sind alle meine Freunde, hier Alex Huckikik sehen wir auch noch hier. So, Dennis Parler, ach, was habe ich da schon Abenteuer bestritten, auf GTA 4, Boden hier, Rallydie Python, Gott 77. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal sein PSN-Freund werden würde. Ja, Yanni Boy Apple auch am Start, mit dem habe ich auch schon Dual-Commentaries gemacht. Und das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom mit dem kleinen PSN-Freunde-Video. Vielleicht hat sich der ein oder andere erkannt. Wenn ja, dann cool, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom. Ciao! Bis zum nächsten Mal.